Rengler in der Bringschuld. Das war's! Der hört das sicherlich im Hintergrund. Die Zuschauer machen eine Mörderstimmung. Geht ordentlich ab. Beide Fighter werden dadurch noch mal aufgeheizt. Und er feuert richtig los. Guerrero will sich hier sofort den Finish holen. Schlaghaare von Guerrero. Rengler in der Bringschuld. Das war's! Das ist es! Seit Jahren der Lockout durfte das sein. Ich denke, hier muss man anreißen. Hier hat man Kinnladen auf dem Boden aufklatschen hören. Ja, diese Linke war's. Hier. Und jetzt kriegst du die kuriert. Assi, wie sollt er lassen? Der Ulk ist hochkonzentriert. Das Publikum ist laut. Leute, kommt hierher. Es ist noch Zeit. Gleich beginnt die Maincard. Oder schaut sie auf den GFC-Fall. Und das ist der Grund der Pfarrer. Sovieler Stau. Und der Drift für den Hometown Hero. Wenn wir die Highlights sehen. Die Linke sitzt und der haut ihm da. Zwei, drei, vier, fünf Stinger. Oh, gute zwei Minuten auf der Uhr. In Runde eins. Viel Tempo. Viel Bewegung. Oh! Und eine Pfarrer. Egal. Links Mirko. Das war's! Und dann mit vollem Fokus. Nach hinten sind gegangen. Und die Linke als Konterhand gebracht. Genau auf den Schall. Gute Beinarbeit. Und dann das Switching. Das hat gesessen. Die Körpersprache von Alavi. Er zeigt einiges, dass sie das nicht mehr lange durchhalten kann. Und Kubéenor hat Blut geleckt. Sie feuert hier los. Kombination aus Anlagen. Geht zum Kopf, geht zum Körper. Der Lettree hat genug gesehen. She-Hulk hat das getan, was sie angekündigt hat. Halt, smash! Er ist mittlerweile im verdienten Ruhestand. Liebe Grüße, falls ihr das hört. Der Respekt für ihn ist immer noch da. Nesar Al-Habas will mit seinen wuchtigen Füßen in diese Fußstapfen treten. Zehn Sekunden noch auf der Uhr. Die eine Faust trifft er voll. Und er versuchte das Matchement. Faust für uns. Ein brauner Paar und verwendet Al-Habas. Der hier geschützliche Sieg. Es ist ein Sieg.